Heke Nass herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends sieben sieben wir haben das letzte Game aus ominösen Gründen gewonnen und dürfen jetzt wieder gegen einen fucking Fistern Problem ihn zu bannen bringt nix weil da gibt's nur weitere Champions die man auch hassen 30 Sekunden bis zum Minions So, we're all the way high. We're all the way high. The only thing that we don't know is that we're all the way high. Going like a bedtime. No, I never come down. Cause we're all the way high. Oh. Oh. ich habe mir jetzt gerade ich drei Minions versorgt das ist jetzt ich Ja komm, 5 Minions ist, äh, 2 Waves ist jetzt echt, äh, extrem scheiße. Was solltest du und noch, oh Gott, ich dachte, den kriege ich jetzt auch nicht. Ja, ich dachte, was solltest du sein, was solltest du sein. An ally has been slain. An ally has been slain. Okay. Läuft gut an. Also ich farm scheiße. Das Gute ist, dass dadurch, dass ich den kleinen Fisch unter Druck setze, farmt er noch beschissener. Und jetzt kriegen wir grad... ...gegen uns hin. Warte, das war schon mit dem Furcht. Das können wir dir mehrmals reindrücken. Oh, okay. 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 So. Ich hoffe... Ja, der Fisk will echt noch bleiben. der kann jetzt im grunde wenn ich es richtig anstellen kann er nur gerade verlieren jetzt hat er nämlich alles verloren auch nein ja okay also die wave kommt gerade nicht so ein 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 Das war's für heute. Geh da weg, geh da weg, geh da weg Geh da weg, geh da weg Geh da weg, geh da weg, geh da weg Geh da weg, geh da weg Geh da weg, geh da weg Was ist das denn? Was ist das denn? Dafür hast du zu lange gewartet? Boah, wie krass. Ich bin ja schon von dir. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020